So, wenn ich sage Aloha, dann wisst ihr, wo ich wahrscheinlich bin. Hier auf Hawaii. Heute also begrüße ich euch auf Hawaii. Wir werden einige schöne Momente mit euch aufnehmen auf dieser Insel Oahu, wo ich mich gerade befinde. Im Hilton Hawaiian Village, einem tollen Resort mit einer wunderschönen Gartenanlage und einem ganz tollen Strand. Im Hintergrund seht ihr den Diamond Head von Oahu und ich werde mit euch nicht die Hotels hier im Einzelnen durchgehen. Das habe ich natürlich alles gemacht, habe mir die Hotels für euch alle angeguckt. Nein, wir werden euch die wunderschöne Insel Oahu mit einigen Impressionen zeigen. Also, Mahalo, Aloha und bis bald. Bis bald. Bis bald.